So, willkommen zurück bei Minecraft Let's Play mit mir, Ralfinger LP. Zum Frühstück hauen wir uns erstmal ein bisschen Melonen hinters Gesicht, weil sonst beginnt der Tag ja auch schlecht, wenn du nicht ganz satt durch die Gegend läufst und hier Schafe jagst oder vielleicht auch mal die Türen schließt, wenn du aus dem Haus rein und raus gehst. Ne, wir wollten jetzt heute mal keine Schafe jagen, sondern dieses Projekt, ich flute meine Hütte mal vielleicht ein bisschen vorantreiben. Die Idee lässt mich einfach nicht mehr los, die fand ich eigentlich ganz geil. Als erstes sollten wir dann mal hier unten mal den, wie soll ich sagen, Eingang hier verschließen. Verschließen im Sinne von, ich baue hier überall Glas hin. Vielleicht sollte ich auch mal ein Inventar in dem Sinne mal ein bisschen anders aufrüsten, weil ich jetzt lauter Zeug und Wärm tag, was ich gar nicht brauche, glaube ich. Die Zäune brauche ich nicht mehr, Sand brauche ich jetzt gleich, Holz ist gleich. Das ist, glaube ich, nicht verkehrt, wobei ich mache eine Glasfront in Eimer, behalten wir mal die Eier nicht, das Steak nicht, das verrottete Melonen brauchen wir jetzt gerade auch nicht, Samen auch nicht, Weizen auch nicht. Was kann ich hier oben brauchen? Glas auf jeden Fall. Glas haben wir hier genug, sogar sehr, sehr viel genug, das ist schon mal super. Nehmen wir ein bisschen Holz noch mit, man weiß ja nie. Und wir haben es hier drüben gebaut, eine große Glasfront, alles klar. Wir haben aber dazwischen auch noch ein bisschen Platz gelassen, das heißt nicht, dass es hier gleich so rüber ging. Wir machen hier unten den Weg weg. Bei dem Weg gibt es das später nicht mehr. Und ihr werdet euch natürlich denken, oh, der flugt jetzt eine Hülle. Nein, natürlich nicht. Da habe ich mir schon was einführen lassen, und zwar wir verbreitern ja die ganze Scheiße hier. Und zwar machen wir dasselbe wieder, wo bist du, Zombie, da unten drin oder was? Ne, hey, wo bist du denn? Was habe ich das für eine Scheiß-Ponstruktion hier von mir? Wo ist denn der Zombie? Wo ist denn der Zombie? Da oben irgendwo? Ihr hört ihn doch auch, oder? Wo ist er denn? Spacken hier, ey. Ach. Immer Geräusche machen wir dann nicht hier da sein, wenn man sie sucht, ne? Genau, wie jetzt wieder. Da oben. Vielleicht hängen die auch da unten in der Höhle, aber ich weiß es selbst nicht. So, was ich eigentlich sagen wollte, war, verbreitern die Hütte. Machen wir hier den Weg natürlich zu. Dann können wir hier... Was seid ihr denn? Die Geräusche nerven mich halt überhaupt nicht gerade. Ja genau, jetzt habe ich mich schon wieder verdrückt. Ey, hier, ich sage es ja, gibt es ja nicht, gibt es ja nicht. Also, jetzt machen wir erstmal hier zu. Das war der... Doch der erste Ansatz hier für meine Hütte. Da das Ganze mal zuzumachen. So, und den noch, und alles klar, Front ist dicht. Dann haben wir hier drei Blöcke nach links. Die werde ich jetzt natürlich auch so dann hier weiterbauen. Und dazu brauchen wir aber noch ein bisschen Dirt. Und zwar habe ich hier noch Dirtblocks, alles klar. Die machen wir hier mal zu dann. Weil der Zugang zu dieser Höhle wird natürlich dann in meiner Hütte sein, ja? Ist ja klar. Ähm, drei. Und nach diesen drei kam dann der... Die Außenwand. Und ich glaube, wenn ich das hier richtig sehe, gibt es hier wieder so einen tollen Bug. Okay, alles klar. Ich habe also da noch ein... Okay, das habe ich jetzt nicht dabei. Jetzt komme ich nicht mehr in meine Hütte rein. Ah, scheiße. Gut, zum Bauen könnten wir theoretisch hier noch ein bisschen Platz lassen. Oder einfach mal Dreck für die Hütte bauen. Nee, das war nicht der Plan. Natürlich wollte ich hier das so machen, dass ich hier noch mal ein bisschen rein und raus kann, falls ich irgendwas vergessen sollte. Wie gerade eben. Und zum Beispiel Holz. Und diesmal, juhu, haben wir sogar die richtige Kiste erwischt. Gucken, ob ich hier mal alles nach Holz abgelagert habe. Aus dem Lichtwissen heute, ja. Und zwar, das brauchen wir aber nicht. Was ist was für ein Holz? Das hier ist das richtige Holz, alles klar. Das andere ist das dreckige Buschholz. Wobei, das Buschholz können wir uns eigentlich auch gleich schnappen und daraus Blöcke machen, weil das Buschholz werde ich sowieso nicht verbauen. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber in diesem Brot finde ich es ja noch ganz angenehm. Da kann man es noch anschauen. Gut, dann hatten wir hier also erstmal Holz. Und das ist wahrscheinlich nicht zu knapp, weil wir das Platz rumgebaut haben. Drei. So, und dann machen wir hier noch die drei. So, dann schaut es aus wie hier drüben. Alles klar, drei. Und noch eins höher. Jetzt können wir auch gleich von hier drüben drauf springen, so wie es aussieht. Wenn wir hier nicht wieder runterfallen würden. So, und dann packen wir hier nochmal dreien. Und dann hätten wir auch schon den Boden fertig, würde ich sagen. Bart ist da drüben hier auch noch so ein Holzblock. Der oberste. Ja, alles klar. Ja. Habe ich gemacht. Dann können wir mal den Block setzen. Und hier dann schon mal. Wobei, ist die Veranda da drüben? Och, ich kann mir nichts merken. Ist die Veranda da drüben eigentlich aus dem hellen Holz schon, ne? Da habe ich nichts anderes damit gemacht, ne? Jetzt schauen wir mal da drüber, dass es ein bisschen schneller geht. Ja, alles klar. Habe ich hell gemacht. Gut, dann mache ich das da drüben natürlich genauso. Nur Sitze, Blocks werden jetzt wahrscheinlich nicht mehr reichen für den kompletten Rest, den ich hier bauen will. Ich hoffe, ich habe noch ein bisschen Birkenholz übrig. 6, 5, 4, 3, 2, 1, na. Knapp. Geht knapp aus. So, dann machen wir hier mal noch zu. Wobei, mit 4 der Platz komme ich ja auch nicht mehr weiter. Oder wird das? Das reicht doch genau, oder? Hier. Na also, perfekt. Den Eingang muss ich mir natürlich freilassen später. So, jetzt brauchen wir noch natürlich Holz. Ja, wir haben ja genug, ey. Waren wir frei. Sehr gut. Wenigstens einmal habe ich von etwas genug. Und diesmal ist es das helle Holz. Da war ich mal schon mal fleißig unterwegs. Die Kürbisse machen wir später. Die interessiert mich jetzt gerade nicht. Hier noch den. Toll. Wegen dem einen Block bin ich jetzt so weit rumgejobbt. Er ist nicht das richtig? Okay. Und da, und da, und da. Ne, hier brauche ich sie natürlich auch noch. Alles klar, dann machen wir hier die Brude. So. Hier auf der anderen Seite auch. Schön, dass ich hier Stein liegen habe. Wobei es ja eigentlich relativ wurscht ist. Jetzt müssen wir innen. Das Zeug hier kann ich jetzt einfach mal alles weghacken, weil braucht ja keine Sauna. Und auch die Säulen sind dann ziemlich überflüssig. Wollen wir einfach mal hier so mysteriöseweise ein Fenster in der Luft schweben lassen? Nein. Wir sind ja hier nicht. Mr. Future. Okay. Da vorne kommt eine Glasfront hin. Dann wird hier hinten auch eine Glasfront hin kommen. Jetzt mit den Wänden hier muss ich mir dann auch nochmal überlegen, ob ich die so lasse. Ich würde sagen, die machen wir einfach ganz am Ende. Wenn wir hier alles mal abgeholzt haben. Gucken wir uns einfach mal an, wie es so ausschaut. Ich sehe schon, hier muss ich auch noch ein bisschen Steinboden nachbauen. Ja, die nehmen wir jetzt mal mit. Das ist die Treppe in meine Höhle. Komm. Stein im Plakon kriege ich nicht. Ach komm. Mit der Holzhacke müssen wir es jetzt noch wirklich nicht machen. Habe ich noch Stein eingepackt? Nein, ich habe noch Pflastersteine. Da geht es gleich mal wieder zurück zur Kiste. Und zwar die hintere. Und hier haben wir Steine. So, jetzt sollte ich doch auch wirklich alles haben, was ich brauche. Die Spitzhacke, die Schaufel. Spitzhacke habe ich zweimal im Inventar. Das ist gut. Dann kann ich die einmal wegpacken und die Steine dahin. So, Boden zumachen. Dann ist der Boden eigentlich komplett so richtig. Und das können wir dann wieder zubauen. Wie wir das gewohnt sind. Und hier würde ich sagen, können wir auch noch mal kurz die Mitte offen lassen, weil ich bestimmt noch mal öfters hin und her rennen muss. Nicht, dass ich das wieder umsonst baue, das Ganze. Alles klar. Hier drüben. Das stimmt. Das da drüben stimmt. Okay. Dann müssen wir mal gucken, wie das denn mit dem Graben ausschaut. Wie breit ist denn der auf der linken Seite? Moment, da gibt es ja gar keinen Graben. Da ist ja direkt das Wasser dran. Da gibt es ja gar keinen Graben. Das heißt, das schließt direkt damit ab. Ich will aber natürlich hier... Hm, oder verbinde ich die hier? Lasse ich das hier auch darüber fließen? Könnte man sich überlegen. Okay. Also, jetzt haben wir zumindest mal das Grundgerüst. Jetzt würde ich sagen, bauen wir mal hier die Front mit Glas auch aus. Aber erst muss ich hier erst alles wieder abtragen, weil wir wollen hier nur einen Stein haben. Zum Glück habe ich vorher einen Stein in die Öfen. Sonst würde ich mir jetzt wieder ein bisschen ärgern. So, jetzt wird mir schon wieder viel zu viel Dirt hier. Vorhin haben wir uns immer beschwert, dass wir wieder kein Dirt haben hier. Jetzt wird mir zu viel. Aber das habe ich dann hier alles zugebaut. Ich habe schon wieder völlig vergessen, was ich hier drunter schon alles gemacht habe. Ich bin ja wieder der Typ, der einfach mal drüber baut und dann sagt... Rüft ihr auch zu. Sieht man nicht mehr. Egal. Ja, so habe ich wahrscheinlich auch hier gedacht. Bevor ich hier diese ganzen Boden hier die Löcher reingerissen habe. Und jetzt werde ich wahrscheinlich rückwärts verteile hier so ein Loch reinfallen. Wenn ich nicht aufpasse. Ja, da wird schon wieder reingedopft. Wobei, so verteilt war das jetzt nicht. Da würde ich immer sagen, bauen wir jetzt hier erstmal außen rum. Irgendwie müssen wir den Eingang ja für die Höhle auf platzieren. aber das können wir auf jeden Fall zubauen hier, das braucht ja kein Mensch das Loch da so, dann hätten wir das auch mal voll gebaut und dann haben wir hier den Boden auch schon mal erweitert und dann sieht das Ganze doch schon so aus, als wäre der Ausbau also Symmetrieausbau auch ein schönes Wort fast fertig, wenn ich jetzt genug Steine hätte aber wir müssen ja bloß in den Höfen gucken, glaube ich da haben wir ja genug drin, alles klar wie gesagt haben wir mal mitgedacht, kommt selten genug vor haben wir mal mitgedacht so, das machen wir mal alles zu, ich glaube jetzt wird es auch gerade wieder dunkel, die Zeit ist reif für die Nickerchen, jetzt ist meine Hütte zwar offen hier aber ist mir jetzt völlig egal na Händchen können wir zumindest mal reinfutter weil es noch irgendwas komisches passiert ich hoffe, ich überlebe es ich probiere es einfach mal, Gute Nacht ich habe keine Ahnung, was passiert alles offen okay irgendwo hier immer drin in der Hütte alles offen Türen sind offen nö, ist einfach totenstille hier kein Gekrummel, kein Geraune ist einfach völlig in Ordnung coole Sache ok, wir machen mal Glück gehabt hier ähm, die Glasfront endet halt jetzt genau hier das ist ein bisschen doof, ne hopp ist hier oben irgendwas nö ähm, das Hündchen weg das Dirt darunter das Dirt, ne und ähm zu machen und hier brauche ich aber auch Stein da komme ich nicht drum rum weil das genau die Glasfront ist gut so eins bereits sollte ja auch reichen für die Geschichte hier mit dem mit der Höhle Hauptsache ich erkenne den Eingang noch wenn ich aufpassen sehe ich nicht runterfall oder so ein Scheiß hier bau ja genau sehe ich schon boah, äh nicht runterfall, nicht so ein Scheiß bau, na toll, was ist passiert ich habe Scheiße gebaut und ich bin runtergefallen typisch typisch Ralfinger auf jeden Fall ganz typisch ja, nicht so viel labern einfach mal machen, ne das wird immer eine Devise sein so mehr mehr Fenster hier ja, bitte mehr Fenster an die Reihe Fenster bitte zu Reihe A so, wir haben keine Fenster mehr nehmen wir mal den nächsten Stack den man in der Tasche stecken haben vor allem ich auch die ganze Zeit was ich für einen riesen Rucksack Schubkarre äh LKW hinter mir herziehen muss was ich alles von der Scheiße hier einstecken habe zieh dich mal rein dass ich alles in Stein trage an Fenstern und so weiter ist schon nicht schlecht der Kollege ne der hat schon echt ordentlich Power und ähm wohl die größten Taschen die ich in meinem Leben je gesehen habe dafür dass er so schlank ist hat er echt mal ordentlich immer schön was dabei hier zum Bauen ne so jetzt passen wir nämlich auch gerade ein bisschen auf dass hier auch nichts mehr schief geht so alles klar Glasfront auch fertig jetzt geht's an die halben Steinplatten fürs Dach da brauchen wir aber keine speziellen Steine sondern wir können einfach nur die halben nehmen die muss ich ja vielleicht auch noch craften oder ne ich hab noch 54 okay Pflastersteine Stein ein bisschen Stein verhalten wir noch dann würde ich sagen geht's natürlich gleich wieder raus und wir machen weiter mit den halben Pflastersteinen an der Decke so wie auch auf der anderen Seite naja was aus einer spontanen Idee wieder entstanden ist baue ich schon wieder gleich fleißig meine Hütte weiter auf die andere Seite genau dasselbe und dann mit dem Wasser da bin ich ja mal gespannt ob das klappt ich glaube es nämlich überhaupt nicht das wird einfach irgendwo versiegen weil das überhaupt keine Kraft hat da so weit hinter zu fließen werde mal schauen ob ich in einem Eimer irgendwas retten kann wenn das aber dann wirklich zu einer Lachnummer wird dann machen wir die Wände einfach wieder zu dann habe ich halt einfach meine Hütte erweitert ist jetzt auch nicht weiter schlimm aber ich habe irgendwie noch Hoffnung dass es doch klappen könnte scheiße jetzt reicht mir die Pflastersteine nicht jetzt muss ich wieder neue machen gut die nehmen wir doch gerne noch mit ach immer diese Pfeitsche ich sollte echt mal Schildern machen ich kann es mir einfach nicht glauben ja jetzt schmeißen wir natürlich die Pflastersteine durch die Gegend ja aber ich glaube ich brauche nicht mehr zu sagen das seid ihr von mir gewöhnt schlechte Gameplays mit Dreifinger LP wie war das nochmal hier wie mache ich denn diese Scheißsteine nochmal diese halben ah ja wahrscheinlich so danke nee da brauchen wir jetzt nicht so viele sechs sollte reichen oder brauchen wir nicht gleich hier die halbe Hütte voll zu knallen mit diesen halben Pflastersteinen wenn ich hier nur noch ein paar brauche passt für den Übergang oben brauche ich auch noch welche das machen wir dann wahrscheinlich genauso wie hier und zwar haben wir hier drei breit das ist dann genau diese Höhe hier fast perfekt das sind dann die die ich hier gleichsetzen kann machen wir wieder ein bisschen Fenster kaputt und setzen hier unten noch die letzten drei Steine für unser Balkon und ich würde sagen mit diesen zwei letzten Steinen und den ersten Schritten auf meinem zweiten Balkon den ich hier gegenüber gebaut habe verabschiede ich mich von euch danke fürs Zuschauen bis zum nächsten Mal wenn es weiter geht mit unserer Burg dem Wasser dem Ausbau was auch immer wir gucken nach ciao ciao bis zum nächsten Mal Pentate